Gründlich durchgesteckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar! WOMS Info, DMAX, WOMS Info. DMAX, WOMS Info. DMAX, eine Person zum UL-Flugplatz Wettweiß, das ist da oben im Rheinland bei Düren. Was heißt der Platz? Wettweiß, Victor, Emil, Tango, Tango, Whisky, Emil, India, Siegfried, Siegfried. Okay. Die Biste24 im Betrieb. Biste24, IndiaX. Mischung aus NATO-Alphabet und deutschem Alphabet. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen der C42C. Wir fliegen heute nach Wettweiß. Wettweiß ist ein UL-Platz und das ist dem Klaus sein Heimatplatz, den gehen wir jetzt besuchen. Der Frank ist auch schon auf dem Weg. So, dieser Flug hat mal wieder eine Außenkamera. Das ist mein Experiment. Ich habe mich mit einem C42-Experten unterhalten, da kann man sie gut anbringen, ohne Einfluss zu nehmen auf den Flieger. Jetzt sind wir auch mal auf die Bilder später gespannt. Aber viel wichtiger ist, hoffentlich verlieren wir sie nicht. Also ich habe sie doppelt gesichert. Außer den ganz normalen GoPro-Halterungen noch mit Kabelbindern zusätzlich gesichert. Ich hoffe, das hält. So, während der Maschine im Rollhalt warm läuft. Noch kurz zur Strecke. Wir können wirklich in gerader Linie nach Wettweiß fliegen. Da ist kein Luftraum zwischen uns. Wir müssen nur unterhalb vom Luftraum Charlie von Frankfurt bleiben. Da reicht es aber aus in 3.000 Fluss zu fliegen. Und das machen wir dann auch die ganze Strecke über. In den Notems Wetter ist heute wieder alles Charlie und Oscar. Und es wird im Laufe des Tages nur viel besser. Wir haben jetzt noch ein bisschen Gegenwind aus Westen. Aber es wird auch im Laufe des Tages besser. Die Indiex-Fray ist abflugbereit am Rollhalt. 2,4 Rolllaufen starte. Indiex-Fray, der Wind von vorne von 2,50 Grad mit 2,3 Knoten. 2,3 Knoten Wind aus 2,5. Also fast auf die Bahn. Fast direkt aus Westen. 2,4 Kompass passt. Los geht's. Mal rausschauen. Und schon hebt sie ab. Kamera hält noch. Start war ja ein bisschen kritisch. Durch die Vibration am Boden. Aber im Moment sieht es noch gut aus. Ich beobachte das. Die Luft ist heute auch bockig. Das gibt wieder einen kleinen Ritt. Also ich habe 60 Liter dabei. Nach meinen Berechnungen sollte ich 20 Liter auf diesem Flug brauchen, weil ich auch zügig unterwegs bin. Mal gespannt, was wirklich dabei rauskommt. Langeninformationen. D-M2 in Indiex-Ray. 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 dann sieht man da einen Kreis, der da direkt am Taxi-Way liegt. Und meine Quizfrage war, wozu dient dieser Kreis? Wer weiß es. Stand jetzt haben sich 43 Leute an dieser Umfrage, an diesem Quiz beteiligt. Hier ist das Ergebnis, ich blende es auch ein. Und wirklich 81% haben angeklickt, das sei zum Einstellen des Kompass. Falsch. Die zweithäubigste Antwort war, überholen auf dem Taxi-Way. Auch falsch, obwohl das cool wäre, wenn der hinten dran drängelt, dann macht man einmal einen Vollkreis und ist wieder hinten dem dran. Nein, die richtige Antwort ist, Reifen testen. Das liegt daran, in der Nähe des Flugplatzes Michelstadt produziert die Firma Pirelli Reifen. Und die Firma Pirelli hat eine Kooperation mit dem Flugplatz Michelstadt, dass sie da ab und zu mal Testfahrten machen dürfen. Sowohl auf der Piste, als auch auf dem Taxi-Way. Und für diese Reifentests, für Kurvenfahrten, wie sich die Reifen in kreisroten Kurven verhalten, haben die den da gebaut. Also, richtige Antwort, Reifen testen. Zwar nicht von Flugzeugen, aber hell. Die Außenkamera ist auch immer noch an und sie scheint auch sich nicht zu lösen, nicht zu lockern. Ich beobachte diese Handschrauben, ob die sich bewegen. Nicht, dass die sich mit der Seite rausbewegen. Oder wenn es solche Schläge macht in der Luft. Da hoffe ich auch, dass die Kamera das nach außen aushält und da bleibt. Schafer, der Rückflug wird da angenehmer. Also, ich habe hier eine Airspeed von 170 kmh und mein Navi sagt mir eine Groundspeed von 150 kmh. Also 20 kmh Gegenwind. Naja, nach Hause geht es dann schneller. Aber der Wind lässt sich heute nach am Laufe des Tages. Der Kanal von Wettbeiß ist 136.090. DMS, India X-Ray. India X-Ray hört. Verkehr 9 bis 10 Uhr, Position ist schneller als die Abstand 2 nautische M1, selbe Flugrichtung in 3500 ft. angezeigt. Halt aus, ich habe hier gekriegt. Über mir, 3500, das ist 500 ft. über mir. Der ist ja über den Wolken oder über den Wolken. 500 ft. höher und ich bin in den Wolken. Windisch, der Verkehr kreuz ist 12.00 Uhr, eine Meile und 300 ft. über Ihnen. Verkehr und Dichtung, India X-Ray. Es ist bücher als gedacht und sich doch tatsächlich die Heizung einfach anstellt. Jetzt überfliegen wir gleich das Mosel-Tal. Das Mosel-Tal ist auch wunderschön. Man kann es sowohl entlang fliegen, als auch mit dem Fahrrad durchfahren. Letzteres habe ich auch schon gemacht. Eine schöne Burg da unten. Leider zu knapp für ein Foto. Vielleicht hat es ja die Außenkamera aufgezeichnet. Hallo. Warum ist Luft dann immer dann am hausprigsten, wenn ich Fotos machen bin? Jetzt die ganze Zeit schön ruhig. Jetzt packe ich die Kamera aus, werde ich wieder geärgert. Weil vor mir ist wieder ein Sendeturm. Und das ist ja mittlerweile zum kleinen Hobby während meiner Flüge geworden. Die Sendetürme, die man auch in der ICAO gerade sieht und somit Orientierungspunkte in der Landschaft sind. Fotografieren. Und hinterher zu recherchieren, wie diese Türme denn tatsächlich heißen. Und für was sie da sind. Das wird sehr klar sein, bis gleich. Also der Wind wird zwischendurch auch mal schlimmer. 170 kmh Airspeed, eben war da 140 kmh Groundspeed. Also ist ganz schön ruhig. Das nächste Interessante am Boden. Auf der ICAO-Karte ist nur ein Glittermast verzeichnet. Aber dann entpuppte ich das als eine riesige Parabolantenne. Für was die genau ist, werde ich auch noch mal recherchieren. Ich glaube ich wusste das sogar schon mal. Die Platzrunde vom OL-Flugplatz Wettweiss ragt in die Kontrollzone für Nörvenich hinein. Und zwar, wenn man die Platzrunde exakt einhält in 1.000 Fuß und mit Wettweiss Info in Kontakt steht über Funk, dann gilt der Einflug in die Kontrollzone als genehmigt. Aber heute ist die Kontrollzone für Nörvenich nicht aktiv. Die Platzrunde ist nämlich genau in 1.000 Fuß. Das sind 500 Füße über Grund. Ja. OL-Plätze eben. Aber die Ortschaften auch dort beiden und auch ein Naturschutzgebiet, was da genau nebenan liegt. Wettweiss Info in der Exegg. Erflicht der Verlassung mit Fens zum Rufen von Wettweiss. DELX, BW-1000, ciao. Wettweiss Info, DELX, Wettweiss Info, in der Exegg. Okay, wir haben die 3-2 im Betrieb. Die 3-2, ich bin jetzt 5 Minuten Südösterreich, hi Klaus. Hi, wie gesagt, du kannst den langen Endanzug machen zwischen dem Waldgebiet und dem Ort. Und da kannst du dich ganz gut orientieren. Vor unserem Feld ist noch ein Bauernhof mit so weißem Planen. Du musst es da nicht gut sehen. Okay, ich mache einen Direktanzug. Ich denke, ich habe den Platz in Sicht. Ja, der genau. Also der Wind in Fettwald kommt ein bisschen von links vorne. Muss ein bisschen vorhalten, aber ist jetzt im Moment nicht ganz so höch. Okay, ich habe auch den Platz in Sicht. Ist doch ganz gut zu orientieren. Ja, der ist links der Wald, rechts der Ort. Dann sieht man da vorne einen Bauernhof mit Feldbeplanen. Und dann da hinten dran, sieht man schon die kleine kurze Graspiste. Von gerade mal 360 Metern. Aber für die C2 wohnt jetzt kein Problem. Also überfliegen wir nach den Ort hier. Oh, was ist denn das für ein riesiger Parkplatz? Was stehen da denn? Kamera noch an? Muss ich gleich mal fragen. Tausende von Autos! Ha! Jetzt hat der Wind ein bisschen aufgefrischt, aber fast auf der Bahn. Alles klar. Wir sind jetzt 5 km für sich. Und jetzt in einem 3 km Enderflug. So, 100 km h. Nichts schneller, eher langsamer. Ja, Wind weiterhin von links vorne. Recht laminar, 15 Stundenkilometer ungefähr. So, zweite Klappstufe. 200 km h. Bei der Kamera direkt auf der 3.2. Gut, dass ich die nicht mitnehme. Ganz in der Mitte schon rechts raus eine Halbarmarkierung. Okay. Und am Ende links raus und dann kannst du dich parallel zum Frank hinstellen mit der Nase in Wind. Okay. saubere Landung. Hi! Na, war doch machbar, ne? Ja, klappt doch gut hier, oder? Ja, einfacher als letzte Woche. Aber du hättest ja super früh, du hättest ja noch ewig. Ja, ja, ausfilmen können noch ewig, ja. Ach, ich, 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 ich schätze das immer, dass die C42, die, die braucht 200 Meter, mehr nicht. Ja, ja. Ne? Aber der Platz ist halt schön angeströmt hier, ne? Alles, alles easy. Hi Frank. Hier, da landet man und hat direkt nur eine Kamera in der Fresse, ne? Ja, ja. Die Paparazzi. Guck mal! Und jetzt mit der Außenkammer. Und hat gehalten sogar. Oh, sehr schön. Die Kabelbindertechnik. Das ist die Sicherung, die Kabelbinder, ja. 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 Ja, war doch super, oder? Ich hab dich vorhin noch auf langen gehört, wie du dich angemeldet hast. Mich hast du wahrscheinlich acht gehört. Ja, ja. Wie du einen verfolgst. Ja, ich hab einen verfolgt. Charlie mit dem Mauer. Ja. Herzlich willkommen in Wettweit. Schauen wir uns hier mal um. Du kannst das besser, ey. Ja, du kannst das besser. Ich hab von Köln. Ja, sie ist was anderes. Lass mich durch, ich bin Pilot. Bei dem Todewild musst du für uns kochen, auch benen nicht nur zum Kochen. Ja genau. Die warme Mamm fährt bis sie dann. Ja, bisschen guter. Wachhund hier am Platz. Wachhund. Schönen Mars, aber jetzt geht es schon langsam wieder zurück. Wenn ihr die Perspektiven sehen wollt beim Uli, sieh beim Klaus. Okay Jungs. Ja danke für den Besuch. So schnell sieht man dich wieder? Weißt du, wann man das nächste Mal ist? Tschüss Uli. Tschüss Klaus. Ah, da kommt gerade noch. Schön. Und die Nase hoch, so ist richtig. Also Jungs, ich sattel. Ich auch. Tschau. Seid vorsichtig. Gardelnerzahle Victor, startet. Und die Indiex-Rollt auf. Und die Indiex-Rollt auf. Superboog entlasten. Gibt es? Ja Freunde, es war mir wieder mal eine Ehre. Ich wechsle auf lange, wir hören uns nachher. Bis dann. Alles klar, guten Flug. Guten Heimflug von der Hostal Mike. Unter dir innen. Auch hier in der Expresse abschließlich. Tschau Klaus, Tschau Frank, bis zum nächsten. Tschö. War doch ein schöner kleiner Sonntagsausflug zum Heimatflugplatz von Klaus. Im OL-Gelände Bettweiß. Wir haben gegrillt. Wir haben Kaffee getrunken. Haben uns gut unterhalten. Ist ein schöner kleiner Platz. Schön gelegen. Schön im Grünen. Und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Da haben sich drei Piloten gefunden. Das war's dann auch mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und schaut auch wieder rein auf meinen Kanal. Neue Videos folgen. Bis dann. Euer Uli. Tschau. Ausschau. Liebly. Bewännachungen. mistigt. Physik. Tschau. Youtube. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020